Nächster Checkpoint. Okay, das war knapp. Da wäre ich fast reingedüst. R1 war das, ne? So, hat funktioniert. Lacht ihr hier so dämlich? Nein! Aber da war gerade ein Checkpoint, ist okay. Dumm. Dass ich den Sprung nicht geschafft hab, ne? Ah, okay, ich hab verstanden. Huy! Das war ja super, hat ja hervorragend funktioniert. Ja! 1! Was ich auch noch machen möchte, auf jeden Fall, wenn wir schon mal hier bei Disney-Animationsfilm sind, findet dem muss auch ziemlich gut sein, eigentlich. Ist das ja nix. Aber erstmal sind wir hiermit beschäftigt. Oh, hab ich das Spiel gestern nicht gesehen, das haben wir doch mal gekauft. oder nicht? Aua! Au! Ah! Lauf! Müsste jetzt langsam der letzte Checkpoint sein. Au! Au! Hör auf! Das war fies. Dirb. Nein! Falsche Seite, sorry, mein Fehler. Kannst du dich mal bitte dahin drehen und den töten? Ja, unglaublich. So! Meine Fresse. Ui, du lebst da noch. Jetzt lebst du nicht mehr, ne? Gut. Okay, holen wir uns mal eben. Zack! Hier bricht doch eh wieder was ein. Das seh ich doch jetzt schon. Ui, du lebst da, wenn du vor dieser Balkon nachgibst. Hehehehe. Hehehehe. Uuua. Au. Stirb. Hup. Au. Bitte. Ey, guck mal, ich bin... Ja, okay, das waren halt natürlich schon so ein paar Meter, die ich da jetzt runtergefallen bin, aber man kann sich trotzdem abstellen. Geh mir nicht auf den Sack. So. Tod ist er. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist okay. Ja, ich... Hehehe. Hups. Der eine hat ja auch noch gelebt. So, gut. Warum hab ich den Sprung grad nicht geschafft? Ui. Ich raff das nicht. Ich raff's wirklich nicht. Was muss ich denn hier machen? Ich... Ich halte ich schon so lange, so lange, wie es geht. So. In der Fatze. Ich will ihn lieber, bevor dieser Balkon nachgibt. Bevor dieser Balkon nachgibt. Hup. Lass mich ruhig allein, oh Penner. Ist okay. Okay, gibt's hier irgendwo eine andere... Du bist erstmal ruhig. Eine andere Möglichkeit, um hier rüber zu kommen. Nein! Ich bin da an der Kante runtergerutscht. Habt ihr gesehen, ne? Schnauze. Schnauze. Super. Super fly. Kaposch. Okay, ist tot. Sehr nett, dass er mir immer wieder sagt. Hup. Die scheinen... Ich bin jetzt bei mir ein bisschen incredible, bin ich mir jetzt grad nicht sicher, aber auch die Original-Synchronisation aus dem Film zu haben. Was muss ich hier tun? Der Sprung reicht offensichtlich nicht aus. Ich meine, hier kann ein incredible Sprung machen. Weil ich halt schon gedrückt wie bekloppt, aber es bringt nix. Wenn ich da unten in der Asche reinfalle, dann bin ich nämlich direkt tot. Oder soll ich unten lang? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, um ehrlich zu sein. Lass es nochmal versuchen. Ja! Oh mein Gott. Okay, jetzt nicht mehr sterben, Dennis. Okay, jetzt machen wir es doch einfach nochmal. Seht ihr, auf einmal drei Stück. Vorher immer nur zwei. Woher denken sie sich das Spiel... Okay, der ist so schlecht, machen wir es noch schwerer. Ich verschwinde besser bevor er bei guten Nacht geht. Nein! Alter, jetzt schaff ich den nicht mal. Wie erbärmlich ist das? Au. Ja, natürlich expliziert er direkt der Stein in meiner Hand. Warum auch nicht? Schnauze. Schnauze. Ich weiß gar nicht, wie es im Film war. Ob das wirklich, ähm, Brandstiftung war, weswegen das Haus hier gebrannt hatte. Oder ob das eigentlich nur ein Unfall war. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich verschwinde besser bevor dieser Balkon nachgibt. Naja. Ich verschwinde. Mach den Flatter Saus. Okay, okay, okay. Ah. Mein Lieb of Faith. Und... Lieb of Faith! Oh, okay. Jetzt hab ich es sogar geschafft, ohne mich daran festzuhalten. Dann warte ich hier jetzt auch nochmal ab, bis das zu mir pendelt. Dankeschön. Hier nochmal ein gleiches Spiel. Ja! Ich krieg jetzt erstmal ne schöne Badewanne ins Gesicht. Fuck, yo! Ah! Ich konnte schon wieder hier! Zieht euch. Tot seid ihr, ne? Danke. Okay. Hab ich verstanden. Das war bestimmt teuer. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier passiert doch auch irgendwas. Wunder aber auf Zeit! Weg da, Leute! Hey, das war sauknapp! So etwas machen wir nie wieder! Änderung der Zielperson bitte bestätigen. Over. Vertrau mir. Das ist derjenige, auf den er gewartet hat. Hui, okay. Bist ja auf jeden Fall schwierigste Level. Wegen der Jump and Run Passagen. Zu spät zur Schule. Ah, ich glaube, jetzt darf ich mit einem Jungen spielen, oder? Das hab ich mich nämlich am Anfang auch gefragt, wie die jetzt hier das in ihr Level eingebaut hatten. Aber gut, auch bei Herkules damals waren sie ja schon kreativ genug, dass sie die Verfilmung gut versofftet haben. Ja, genau, das ist es. Seit vor 8 Uhr in der Schule, öh. Du gehst zum Springen und Reik um den Bußanschuss jetzt. Aus! Ja, da haben wir jetzt auch schon die... Das sieht aber richtig cool aus, muss ich sagen. Ha! Was bitte? Okay, ich hab 5 Minuten Zeit, um zur Schule zu kommen. Ist in Ordnung. Au! Soll ich auf jeden Fall auf der richtigen Straßenseite umeiern. Okay, ah! Ich darf den Buß nicht übertreiben. Hab ich verstanden. Ist in Ordnung. Okay, alles cool. Dann kümmern wir erstmal ein bisschen ab. Das ist auf jeden Fall die Fähigkeit von unserem kleinen Kollegen hier, von dem Sohn von Mr. Incredible. Äh, dem ich jetzt da scheiß schnell ist. Aua! Aber gefällt mir, wenn ich zu sagen, ganz geil. Muss ich sagen, ne? Also... Sieht doch richtig cool aus. Aua! Ohoho, Scheiße! Ich hab mein Gesicht reingebrannt. Von der Zeit her kriegen wir das, glaub ich, auch ganz gut hin erstmal. Also man hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten zu verkacken, weil ich hatte ja gerade schon fast die 20% erreicht. Auch auf Tiernahrung. Ah, ich muss mehrmals X drücken, um mich aufzurappeln. Okay, wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwie so kleinere Stolper fallen ergattere. Jaja, hab ich verstanden. Ey, hör mal, ich bin da drüber gesprungen. Pansen! Nein! Reibung tut weh, hat er gesagt? Das war knapp. Boah, das war richtig knapp. Jetzt hab ich noch vermutet, kann ich ihn geschlagen oder sonst irgendwas? Nee. So, den ersten Checkpoint haben wir gleich. Wo ist der Bus? Ich hab ihn nicht gesehen. Komm, komm, wieder klau auf dein Leben. Dankeschön. Du, die Deckel sind böse. Das ist ja nämlich so an Mario Kart 64, ne? An die Pilzstrecke. Ist das halt wieder zurückgespürt worden beim Kontrollpunkt? Okay, hab ich auch Schwein gehabt. Okay, Geheimnisse. Hier ist es natürlich eine echt interessante Fuck You-Geschichte. 34% hatten wir. Ist okay. Komm. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier sollen wir ein bisschen langsamer vorgehen. Das ist eh, glaube ich, eine der coolsten Fähigkeiten, schnell zu rennen. Hätte ich lieber, ganz ehrlich, als... Ei, 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 wie krass stark zu sein oder so. Weil ich mir so super Kraft ausruhen müsste. Weil's einfach so viel Zeit spart. Oder am einfachsten wäre immer noch fliegen. Aber das hier wäre auf jeden Fall in Ordnung. Okay. Alles klar. Shit, shit. Ach, mein Gott, okay. Das ist echt... Das ist eine harte Stelle. Kann ich mich denn irgendwie bücken? Also irgendwie so ein bisschen sliden oder so? Das wäre nämlich... Das wäre nämlich sehr gut, wenn ich mich dann unter die Autos durchmogeln könnte. Weil ich vermute mal, es wird nicht funktionieren. Ich will schnell fahren in die LKWs hier. Ich habe wunderviele Päts auf dem Tacho. Das sieht jetzt nämlich nicht fühlend nach dem Highway aus. Warte mal, ich muss gleich nur aufpassen bei den ganzen Autos. Hier ist die böse Strecke. So, okay. Alles gut. Ich muss an der Straßensperre vorbei. Okay. Natürlich ist der... Es ist so klar, dass der Kontrollpunkt nach den Gleisen ist und nicht davor. Aber kann ich bremsen? Ich schweiße nicht stellen. Au! So geil, echt. Weil ich auch komplett mit meiner Hirse immer dagegen knallte. Gegen was auch immer ich gerade laufe. So ein Kühlerhaube ist ein LKW. Da müsste man hier einfach noch darauf verteilt sein. So weit vorhanden natürlich. Ah, okay. Das war zu schnell. Okay. Was auf jeden Fall nervig ist, ist der kleine Mann, der immer am Quatschen ist. Also unser Kollege hier. Mr. Flash. Slash Hammer. Ich muss mich abkühlen. Ui. Okay. Ich muss mich abkühlen. Ne, ich muss das schaffen. Wir müssen doch nicht abkühlen. Fuck! Ah, ich dachte, ich hätte über den Bürgersteig gekonnt. Ich bin Flash! Ich muss mal probieren. Das hätte ich besser absperren müssen. Hier links und rechts, wo ich langlaufen kann. Irgendwie einfach, einfach die Zäune hinklatschen oder was weiß ich nicht. Ei, ei, ei. Au! Soufflé. Okay, das ist eigentlich der letzte Versuch, den wir so gesehen haben. Behaupte ich mal. Nein! Nein! Ja, okay, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ich denke mal, wir müssen den ersten Mal auch wieder machen. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Soltburg-Scheiß aus Future Mama gerade, ne? Will ich ja sagen. Gewisse Parallelen entdecke ich da. Das wird mich genauso nervig. Auch die verschiedenen Checkpoints, die man da noch... Ha, 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 harte. Ah, so dumm, so dumm. Ja, okay, komm. Das Thema ist hier leider durch. Nun gut. Dann ist es halt so. Ja, wobei... Halbe Minute habe ich noch, aber... Na gut. Das muss wirklich der Versuch sein. Der Versuch der Versuche. Ja, ich renne da auch noch rein. Das ist... Moment, war das gerade ein Planet Express LKW? Lieferwagen? Kann das sein? Hey, das ist echt... Wie soll man diese Kreuzung gut schaffen? Darauf traf ich mich nicht so ganz. Ja, ist das ein LKW? Aber ich meinte, das war ein Planet Express Lieferwagen. Bei Planet Express, ne? Für diejenigen, die es nicht kennen. Toy Story 1, ne? So, das war ein LKW? Aber wir sind deswegen... Wobei. So, ich bin da... So, ich bin da...